Ey, gib mir ein J zu dem Modus, das heißt, yo Leute, was geht euch, Tobi am Start? Und herzlich willkommen zurück zu The Xpander Bros. Ich weiß, es sollte jetzt schon der vierte Part sein und der, das ist so scheiße laut hier. Was, das weiß ich leider gar nicht. Music, ich lass die Musik mal an. So, einmal hier runter gehen auf Back und Continue oder Continue oder Bäh. So, mal gucken, also ich werde das Spiel auf jeden Fall fortsetzen. Ich finde es einfach ziemlich lustig und ziemlich geil. Und es geht weiter bei The Xpander Bros. Ja, ich hatte ja im ersten Part den Fehler gemacht, am Ende, dass ich gesagt hatte, ähm... Broforce. Broforce ist sowas ähnliches, halt nicht das gleiche, was ähnliches. Wir Xpander Bros und wir sind schon wieder tot. Hahaha, das war echt scheiße. Das war echt richtig scheiße. Ja, Leute, übrigens, ich hätte gerne mal ein paar, wenn ihr denn Lust habt, ein paar Verbesserungsvorschläge. Aaaaaah! Mission fail. Fuck! Ein paar Verbesserungsvorschläge, wie ich meine Videos besser machen könnte. Die, ich lade sie halt schon in 1080p hoch. Äh, ob ich sie in einer noch höheren Auflösung hochladen sollte. Oder, ich weiß es nicht. Irgendwas, irgendwelche Verbesserungsvorschläge, die ihr da habt. Und da waren ja, wer beim letzten Mal stehen geblieben. Ähm, you are not supposed to do, make this far, we are blah, expandables. Wieder ein Bosskampf? Ich hab keine Lust. Aaaaaah! Aaaaaah! Bunny Ross! Und, wen haben wir da? Unseren geilen Messerkollegen, Kompadre! Nein! 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 Okay. Harte Männer sind hart. Äh, oder weich? Oder beides? Aaaaaah! Was ist da los, Leute? Schon wieder so ein scheiß Bosskampf? Nein! Das war die falsche Richtung. Nein! Explosion! Was ist da los? Natürlich mit Christmas! Was ist das Problem von diesen scheiß Spielentwicklern? Ja, natürlich! Weißt du, wir haben nichts Besseres zu tun, als dich nochmal gegen irgendeinen riesigen Roboter kämpfen zu lassen. Natürlich kommt das auch in The Expendables vor im Film. Die kämpft da auch gegen riesige Robotoren. Na, na. Hallo? Nein! Okay. Also du bist platt. Nein! Fuck, und der trifft mich mit einem Schuss? Mann, was ist da denn los mit Christmas? Verdammt, der hat bloß Messer! Und das ist unser letztes Leben. Okay, Minigun. Was? Ey, diese Spielentwickler, die haben doch echt keine anderen Probleme. Meine Fresse, ich dachte, ja, ich kann es mal ruhig angehen lassen, diese Folge hier. Aber für den Arsch! Ruhig gibt's hier nicht! Wie soll ich den denn töten? Natürlich kannst du den mit Flammenwerfer nicht töten! Leute, wie soll ich das denn hier machen mit nur mit irgendeinem Müllcharakteren? Nein! Entschuldige, das hatte gerade ein wenig übersteuert. Aber das ist einfach so behindert! Wie oft muss ich dann noch gegen kämpfen, diese Scheiß... Oh! Christmas, natürlich! Ja, noch besser, noch ein Messer-Freak! Yep! Das ist sowas von fair! Ich hab da keinen Bock mehr drauf! Nein! Leute! Nein, lauf, lauf! Ich hab da so absolut keinen Bock mehr drauf! Natürlich! Ich hab da gleich keinen Bock mehr! Ich hab meinen Controller auch schon 15 Mal an die Watt geworfen! Mann, der ist noch nicht so alt! Ich dachte, wir sind schon wieder tot! Das würde ich nicht verkra... Krass denn! Was ist das? Ihr habt doch echt keine anderen Probleme! Komm ich doch nicht irgendwie dran an denen vorbei! Nein, komm ich nicht! Ich bin so begeistert von diesem Spiel! Ja, es ist so lustig! Ihr könnt mich doch alle mal! Hier ist keine Lust drauf! Ich geh jetzt hier oben lang! Nein! Hab ich keine Lust drauf! Ich umgeh das Teil jetzt! Mal gucken! Vielleicht kann ich da eine schöne Granate drauf werfen! Nein! 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 Achtung! So, nochmal eine Granate drauf! Und nochmal eine Granate drauf! Fuck! 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 Nein! 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 Ey, das ist so schwer, Leute! Das geht gar nicht klar! Ich hab gleich keinen Bock mehr! Ich hab... Wie oft hab ich diesen Controller heute schon weggeschmissen? Dass der immer noch lebt, das ist echt ein Wunder! Meine Fresse! So! Ich hab jetzt so keinen Bock drauf, ne? Ey, ihr seid echt... Ey, ihr seid echt... Das sind echt die Behindertsten, die es gibt! Natürlich! Natürlich! 15 Raketen, die einen verfolgen! Ja, das ist fair! Kein Bock mehr! Ich grabe mir jetzt hier den Weg durch! Ah, Gunnar, dankeschön! Los, mach mal auf da! Ich muss mich ein bisschen beruhigen! Ähm... Ganz einfach... Das ist... Dieses Spiel, das ist einfach schlimm genug! Weißt du, und du wirst dieses Teil einfach nicht los! Euch! B***t euch! Ihr könnt mich mal! Ich hab gleich keine Lust mehr! Neeein! Wie soll man das denn machen mit denen? Das funktioniert doch überhaupt nicht! Nice! Mann, ey! So, ich muss da wieder hoch! Nein, 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 nein! Ich krieg gleich zu viel! Wie soll man das denn machen? Nein! Vor allem, das ist ja dann auch nicht irgendwie eine Rakete! Weil eine Rakete ja schon unfair genug wäre! Nein! Es sind einfach mal vier oder so! Und du kannst nicht einfach... Nirgendwo hinstellen! Weil man die ganze Zeit stirbt! Leute! Ich krieg so viel! Ich mag das Spiel! Ja, ich mag es! Das ist... Dieses Spiel, das schenkt einem immer so viel! Nein, fuck! Ich mag das Spiel! Ja, ja, wirklich! Ich glaub's da wohl selber nicht! So, meine... So, meine... Weißer! Das sind auch echt die... Das sind auch echt die Größen! Ich will doch bloß mal wieder ein vernünftiges, normales Level haben! Wo man da endlich wieder vernünftig und normal spielen kann! Weißer! Und nicht so eine Scheiße hier ertragen muss! Und ich bin... Wetten tot! Ich bin heute in einer Sekunde tot! Was soll ich da machen? Ich weiß ja nicht mal, wo ich bin! Ich weiß doch echt nicht mal, wo ich bin, Leute! Wie soll ich denn... Wie soll ich denn da... Das Teil hier besiegen? So! Habe ich jetzt so keine Lust mehr drauf! Machen wir das einfach so! Zerstören wir das Teil einfach komplett! BAM! Was willst du? Was ist jetzt los? Hat sich das Spiel jetzt aufgehangen? Nein! Aber jetzt! Ha! Ich will das nicht nochmal machen! Achso, ich kann den hauen! Ahaha! Äh... Ich hab einen Roboter! Was ist hier jetzt los? So, Pause-Menü geht noch Ah, nein, geht nicht Ich kann mich nicht mehr bewegen Ich kann gar nichts mehr machen Geil Das gefällt mir gut Das gefällt mir richtig gut Also, Reason geht nicht mehr Ich kann nicht mehr zurück ins Spiel Wir versuchen ins Menü zurück zu gehen Und noch Ich hoffe, dass wir jetzt nicht alles neu spielen müssen Ich hoffe echt, dass wir nicht alles neu spielen müssen Da hätte ich so keinen Bock drauf Da habe ich jetzt so keinen Bock drauf Aber es sieht so aus Fuck Okay, Tod, das war's Ich hoffe, nein Wir müssen alles nochmal von vorne spielen Da habe ich gerade so keine Lust drauf So, komm, halt die Fresse jetzt Wenigstens wissen wir so ein bisschen, wie es geht Idioten So, hier mal ganz kurz einen befreien Und mal gucken Vielleicht kriegen wir das ja hin Dass es vernünftig läuft Schauen wir mal So, erstmal hier alle befreien Um erstmal ein paar vernünftige zu kriegen. So, Gunnar. Gunnar ist schon mal ziemlich gut. Und wir sind tot. Geil. Na, Gunnar? Oh, geile Sache, geile Sache. Schon wieder. Schon wieder dieses... Schon wieder diese Kacke hier spielen. So, einfach mal hier alles kaputt machen. Natürlich! Okay, zwei Leben wieder. Einfach alles kaputt machen. Jetzt geht's! Ich meine natürlich, eine für Papi und eine für Mami. Kaputt! Wieso ist da Blut dran, wenn da ein Roboter ist? Ein Roboter? Das war nicht der reale Steinbrink. Ja, hoffentlich klappt das jetzt. Genau, wir müssen da mal alle einsteigen. Was ist jetzt los? Ey, schon wieder? Schon wieder? Das kann doch nicht wahr sein! Leute! Dann muss ich das jetzt play jetzt hier abbrechen. Es geht nicht. Ich kann nicht weiterspielen. Es geht nicht. Es hängt sich immer auf. Restart-Level wird da nichts bringen. Das ist... Das hängt sich immer an ein und derselben Stelle auf. Ja, Leute. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Wird... Funktioniert nicht. Schade. Also, ich werde nochmal gucken. Äh... Darum... Dieser Part ist jetzt leider etwas kürzer. Aber ich werde nochmal gucken, wie ich... das irgendwie gebacken kriege. Dass ich so einigermaßen vielleicht weiter aufnehmen kann. Aber so geht es nicht. Ihr seht ja selber, dass es sich die ganze Zeit aufhängt. Naja, gut, Leute. Also würde ich jetzt erstmal sagen... Vorerst war es das mit dem Let's Play. Äh... Vielleicht nicht. Schauen wir mal. Wenn noch ein Part rauskommt, dann seht ihr ja, dass es weitergeht. Wenn halt nicht, dann war es das hier. Dann ist das das offizielle Ende. Ich würde selber gerne sehen, wie es ausgeht. Funktioniert leider nicht. Naja, und... Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann in einem nächsten Video wieder. Oder vielleicht im nächsten Part. Ihr könnt mir ja mal die Däumchen drücken. Hehe. Zwinker. Ähm... Ja, und... Natürlich abonnieren ist gerne gesehen. Äh... Aber auch konstruktive Kritik. Was ich in meinen Videos verändern kann. Was da irgendwie... Verbesserungsvorschläge. Also... Bessere Qualität. Irgendwas, was euch... Was euch auch auf dem Herz liegt. Einfach alles in die Kommentare. Äh... Jetzt geht's direkt weiter zur Endcard. Und ich sag einfach mal... Dann bis dahin. Tschau Leute. Also chaue. Du bist und schaust. Ich sag einfach mal... Danke. Muss die Sch 두ge... Ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018